So, wir fangen jetzt an, wir machen ein bisschen Musik und sind neue Lieder, Nummer, wo ich da so vier neue Lieder, wo ich unbedingt spielen wollte heute und haben wir dann auch noch einstudiert. Und die Lieder an sich sind sowieso auch für mich so eine Art Erholung, also sie haben oft als Thema Urlaub oder was damit verbunden ist in allen Formen. Auch das erste Lied, da geht es auch um auf die Reise gehen, geht man erstmal ins Reisebüro oft bei uns. Und darum geht es da auch, also man hat dann so viele Möglichkeiten und denkt, oh, das ist dann das. Gut, ich habe dann einen Text raus gemacht, auch über die Zeit, über die Vorfreude, unmittelbar kann man sagen. Das heißt Wartezone im Flughafen. Das heißt Wartezone im Flughafen. Geschätztes, ein gutes Geschäft machen, auch die Cafés mit ihren hohen Preisen. Einige Menschen warten, andere flangen, kaum einer hat es wirklich eilig. In der Wartezone des Flughafens. In der Wartezone des Flughafens. Die Reise hat schon begonnen, zum Verkauf stehen tausend Sonnen. Hätten wir eine für alle, dann wäre das günstiger und wir bräuchten auch kein Flugzeug mehr. Eine Sonne, die für die Reise lässt. Eine andere, damit man die Armut vergisst. Eine Sonne, die uns ganz mehr dunkel macht. Eine andere, die selbst in der Nacht noch lacht. Eine Sonne, die Mittag im Süden steht. Eine andere, die Mittag über den Norden geht. In der Wartezone des Flughafens. In der Wartezone des Flughafens. Fliegen ist eh teuer, da kommt das nicht so auf 20 Euro an. Für eine Sonnenbrille oder ein gutes Parfüm. Der Luxus ist hier spürbar und auch sehbar. Hübsche junge Menschen, ordentlich geschminkt. Und ältere Leute, ganz fein, laufen an einem Auto vorbei in Weiß. Das Reklamer für eine Autovermietung macht. Es wird gegessen, es wird getrunken. Es wird ausprobiert und mitgeschwommen. In der Masse, die sich so schön herausputzt. In der Wartezone des Flughafens. In der Wartezone des Flughafens. Die Reise hat schon begonnen. Verkauf stehen tausend Sonnen. In der Wartezone des Flughafens. In der Wartezone des Flughafens. Und wer bräuchte noch kein Flugzeug mehr? Eine Sonne, die wo dann Strandbücher geht. Eine andere Sonne ist, wo ein Schneesturm verweht. Eine Sonne ist, da wo ein Sandsturm gibt. Eine Sonne ist dort, wo man oben übers Leben kämpft. Die Sonne ist dort, wo man sich gut schützen muss. In der Wartezone des Flughafens. In der Wartezone des Flughafens. Die Erde ist klein bezahlt. Hauptstelle werden zu Kaufläden. Dort gibt's die Wurst. Dort das Parfüm. Gibt's dort der Durst. Und das Herumziehen gibt's dort. Menschen gewusseln. Und ich seh dieses Lamm, dieses kleine Glastierschen. Es ist geschlüpfen und glänzt in Regenbogenfarben. So wunderschön. Ich selbst möchte auch schon nicht mehr sparen. Ich möcht' Mercedes fahren. Dieses schöne Riedauto. In der Wartezone des Flughafens. In der Wartezone des Flughafens. Die Reise hat schon begonnen. Verkaufsdehe tausend Sonnen. Wir eine für alle, wenn das geht gegangen. Und wir brücheln auf dein Flugzeug mehr. Und wir brücheln auf dein Flugzeug mehr. In der Wartezone des Flughafens. In der Wartezone des Flughafens.